Diesmal auf der Wandel 2. Halbfinale Führer können bis 61 Kilo. Mit weißem Judo Hanson aus der Bombolai, Dabaloc Stummelkule. Mit dem blauen Judo Hanson aus Frankreich, ist David Vachos. Kilo Halson aus Frankreich mit 20 Kilo. Fröhliche Musik wird es um die Freون. Kilo Halson aus Frankreich geht es um die Freude. Kilo Halson aus Frankreich mit 60 Kilo Halson aus Frankreich geht es um die Räume zu arbeiten. Greta Räume der Zweig banken Europe, der besagt sich bereits unterpasst, Applaus Auf der Fingenden конце Fingenden bis 57inos und 13. Kilo auf der Matte eins Gewinner in dem Michelle von Brasilien 2013 der Weltmeisterin Raphaela und Silva Raphaela von Brasilien der vorrangigen Weltmeister wird in dem Finale für Männer unter 57 Kilo Auf der Matte eins das war die letzte Kampfe der Vorbereitet Dies war der letzte Contest der 3-malen Runde der 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021